Die Wissenschaftsaufgabe war zu weit, das ist eine Aufgabe im Niveau unserer LPO M2-Sterne. Das letzte Paar kommt aus Berlin. Die 33 Ucaidon, ein 10-jähriger Hannoveraner Hofratsohn, Manacapulco, gezogen von Karl-Heinz Kruse im Sattel. Britt Kaoli Eckert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.